Woher wissen wir, dass ein Problem eine Krise ist? Warum ist das Coronavirus beispielsweise eine Krise? Es gibt keine Krise, die nur ein lokales Problem ist. Da sind wir schon so übersättigt von Krisen, dass überall Krisen sind, dass der Krisenbegriff eigentlich gar keine Wirkung hat. Wie stark sollte wissenschaftliche Erkenntnis so präsentiert werden, dass sie direkt auf den politischen Prozess einwirkt? Wir haben ja eigentlich ein Leben im Dauerkrisenmodus. Wo Krisen im Entscheidungsmodus getroffen werden, denken Sie an all die Krisengipfel. Es wird gerungen bis zum Letzten, es ist sehr emotional und das macht natürlich etwas mit politischen Systemen. Man kann sich fragen, wie nachhaltig sind solche Entscheidungen eigentlich? Was bedeutet das denn für die etablierten Verfahren? Können wir sowas demokratisch eigentlich noch einholen oder verändert sich da eben was im Ganzen? Und das sind schon Fragen, die sich ganz stark mit der emotionalen Komponente auch von Krisen verbinden, die uns natürlich auch als Sozialwissenschaftler in höchstem Maße interessieren. Krise ist am Ende des Tages tatsächlich immer ein Phänomen gesellschaftlicher Wahrnehmung. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu. Also Naturwissenschaftler würden sagen, ab einem gewissen Messwert kann ich genau sagen, hier die Zahl, wenn die zu hoch geht, die Temperatur steigt. Ab dann haben wir eine Krise, aber die Sozialwissenschaftler und Geisteswissenschaftler würden sagen, Krisen sind Phänomene gesellschaftlicher Wahrnehmung und Krise ist dahingehend ein ambivalenter Begriff, dass genug Leute geben muss, die sagen, das ist eine Krise und dann ist es tatsächlich auch erst eine Krise. Woher wissen wir, dass ein Problem eine Krise ist? Warum ist das Coronavirus beispielsweise eine Krise? Wir wissen das, weil sich in der öffentlichen Wahrnehmung durchgesetzt hat, dass wir dieses Problem, die Zahl von Infektionen mit dieser Krankheit, als eine Krise begreifen sollten. Und deswegen ist eben die Zuschreibung von einem Problem als Krise tatsächlich etwas, das in der Öffentlichkeit passiert. Jemand setzt das und dann ist die Frage, ob diese Setzung tatsächlich auch Widerhall findet. Und wenn das passiert, wenn sich eine solche Setzung durchsetzt, also zur breiten geteilten Wahrnehmung wird, dann sprechen wir eigentlich erst von einer Krise. Vorher mag es vielleicht sehr problematisch sein, aber solange es nicht mit dem Begriff der Krise besetzt ist, erkennen wir es auch gar nicht als solche. Wenn man sich damit beschäftigt, stößt man eben darauf, es gibt Krisen, die sind, wenn man versucht, das Krisenartige zu messen oder nachzuweisen, vielleicht gar nicht so Krisenartig. Und dann gibt es Krisen, die vom Ausgangspunkt der Messbarkeit eigentlich schon sehr, sehr lange sehr, sehr krisenhaft sind, wie Klimaveränderungen aber nicht in der breiten Bevölkerung als solche wahrgenommen werden. Also der Klimawandel als Krise ist natürlich in der Gruppe der Expertinnen und Experten seit Jahrzehnten als solche auch diskutiert. Aber in der breiten Öffentlichkeit, dass das EU-Parlament zum Beispiel den Klimanotstand ausruft, das ist ein Phänomen des vergangenen Jahres, dass aber dann erst bestimmte Krisendynamiken, also einen politischen Handlungsdruck, der zu politischen Veränderungen führt, tatsächlich erst in kritisiert. Also darin liegt das Potenzial des Krisenbegriffs. Darin können aber auch Gefahren liegen, weil so was auch politisch instrumentalisiert und missbraucht werden kann. Wenn man was bewirken will, wenn man vielleicht so etwas wie Wahrheit finden will oder wenn man Erkenntnisse gewinnen will, dann braucht man den Dialog von unterschiedlichen Erkenntnisformen, von unterschiedlichen Weltzugängen. Ich glaube, da ist das Spannende darin sozusagen, die Wissenschaft auf der einen Seite, die versucht sehr analytisch zu sein, sehr beschreibend zu sein und dann auch die Kunst auf der anderen Seite, die nicht davor zurückscheut, auch mal ein Statement zu machen und vielleicht auch eher noch Offenheit und Uneindeutigkeit in bestimmte Dinge einzeichnet oder Vieldeutigkeit vielleicht. Und dass diese Ergänzung in der Reibungsfläche zwischen den beiden Feldern entstehen dann spannende Dinge, glaube ich, oder Dinge, die uns weiterbringen. Den Künstler treibt ja auch letztlich die Gesellschaft um und das, was in der Gesellschaft passiert. Kunst reflektiert die Gesellschaft und die Wissenschaft reflektiert die Gesellschaft ja auch. Nur eben jeder auf eine andere Art und Weise. Die Wissenschaft eben eher rational, mit Fakten und die Künstler reflektieren sie emotional. Wir wollen nicht mit Zahlen oder mit Dokumentationen uns diesen Krisen annähern, sondern eher mit persönlichen Statements, dass die Krisen eher fühlbar werden. Wir haben im Moment ja gefühlt eine sehr kritische Zeit mit vielen verschiedenen Krisen, wobei natürlich heutzutage auch durch Globalisierung und Kommunikation die Krisen vielleicht sichtbarer werden, als sie früher gewesen sind. Und wir das Gefühl haben, dass wir in einer eher krisenbelasteten Zeit im Vergleich zu früher leben. Eine der großen Krisen, die wir haben, ist sicherlich ein Hang der Gesellschaft dazu, wissenschaftliche Erkenntnisse als falsch abzutun, weil alternative Fakten quasi als auch ein richtiger Lösungsansatz verkauft werden und wissenschaftliche Arbeit eigentlich entwertet wird. Das ist eine sehr große Krise. Ein ganz interessantes Beispiel ist der englische Guardian, die Qualitätszeitung, die vor einem Jahr etwa oder etwas länger entschieden hat, dass sie in der Redaktion der Artikel eine krisenhaftere Sprache zulässt, wenn es um Umweltveränderungen geht, um eben den Diskurs hier stärker auch mit zu prägen in dieser Richtung. Und auch auf Seiten der Klimawissenschaften ist zu beobachten, dass die Rhetorik sich verändert. Das scheint eine bewusste Entwicklung auch zu sein, eben vor dem Hintergrund, dass zu lange nicht auf diese wissenschaftliche Expertise reagiert wurde, dass sie nun auch in einer anderen Rhetorik vorgetragen wird, um den politischen Entscheidungsprozess stärker zu prägen. Ich interessiere mich insbesondere, ehrlich gesagt, für die positive Seite von Krisen. Mich interessiert, wie durch Konflikt Neues entsteht. Krisen sind ja meistens auch irgendwie mit Konflikten behaftet oder ganz, ganz eng verbunden. Ich schaue mir zum Beispiel gegenwärtige innergesellschaftliche Konflikte an, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um die Frage, was bedeutet eigentlich Demokratie, um uns zu fragen, schwächen diese Konflikte denn tatsächlich Normen und Institutionen oder stärken sie sie vielleicht auch, weil diese Normen uns wieder ins Gedächtnis kommen, wir überhaupt erst wieder merken, worum es da geht. Also das sind sozusagen die Fragen, die mich beschäftigen.